Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du in deinem Kopf die gesunde Beziehung aufrecht erhaltest. Was bei meinem Ort eher speziell ist, weil du bist ja dort ein bisschen kritisch deinem Ort gegenüber. Sprich, du erzählst, es sind ganz viele schöne Sachen dort, aber du gehörst eigentlich nicht mehr dorthin. Und das hast du auch in ein paar Songs, das Fernweh und die Aufbruchsstimmung, und du bist ja auch ein passionierter Reiser. Und wenn ich die richtig verstanden habe, hast du mir mal gesagt, das ist nicht nur gut aufgefasst worden in deiner Heimat. Weil die Leute sich dann schnell auf den Schlipsdramm fühlen. Es gibt einfach ein Beispiel von der Person, wo ich daran denke. Das ist auch noch geil, wie fest man kann, als Schreiber irgendwie, ich habe ja nie gesagt, von wem ich rede. Ja. Aber ich habe beim Schreiben von den Zielen, dem Dorf, wo ich herkomme, gibt es Menschen, die nie werden wegziehen von dort, weil sie im Turmverein sind, an eine Person gedacht. Ja, an diese Person. Und an den Song herausgegeben, zum ersten Mal, 2010, und das erste Mal, als ich diese Person wieder sehe, ist sie scheissehässig. Auf mich. Und sagt, hey, geht es eigentlich noch, so über mich zu schreiben? Und so. Und ich bin im Fall auch sehr viel unterwegs gewesen. Und so, ich bin gar nicht so in den Stuben sitzen. Oh, ich sage. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist immer noch in diesem Dorf. Und ein Argument, warum du immer noch in diesem Dorf bist, ist, weil du im Turmverein bist. Ja, stimmt schon, aber trotzdem. Und so, alle wissen, dass du mich meinst. Also, das ist krass, oder? Und ich habe das ja nie so gemeint. Aber mit dem Erfolg, das kennst du auch, und das kennen wir alle. Mit dem Erfolg, vor allem dann auch vor, natürlich dem Drinks Album und dieser Kampagne und Angelina und allem, hat sich mein Dorf dann versöhnt mit mir. Und du bist ja dann zurückgegangen und dann habt ihr noch Würstchen verteilt, beim Metzger. Ja, und dann, also es ist wirklich, der Metzger hat, du kannst beim Metzger eine Tabu-Wurst kaufen. Ja. Und der Metzger hat auch so ein Automat, so ein Elektronum gebaut da draussen. Und letztens, als ich bei meinen Eltern war, bin ich wirklich da, und du kannst in diesem Automat Tabu-Wurst kaufen. Es ist wirklich geil. Und es ist wirklich, darum habe ich gesagt, du kommst immer auf den grossen Penis zurück. Irgendwann, es ist eine recht grosse Wurst. Und er hat noch ein wenig Käse drin. Oh, das sind aber die geilsten. Die gibt es in Österreich. Nein, das ist eine sehr geile Wurst. In Österreich gibt es die immer in diesen Nachtimbiss. Käsekreiner. Oder wirklich auf dem Ferienmorgen. Ja. Wurst, ganz viel Käse drin. Weltklasse. Ja, das ist sehr geil. Das Dorf, also er hat es eh immer cool gefunden, weil ich habe auch über sie nicht negativ geredet. Das ist etwas krass. Ich habe ja nur gesagt, dass es so ist. Ich habe das nicht gewertet. Also die Person. Ich muss sagen jetzt, die Person. Genau. Es war eine Frau. Okay. Ich wollte dich retten. Ich habe nichts gewertet in diesem Song. Das ist ja das Krass. Ich würde mich nie getrauen, zu werten über jemanden, der in diesem Dorf bleibt. Nur weil er im Turnverein ist. Ich finde, das ist ein Argument zum Bleiben. Ja. Ja. Aber es ist so krass, wie das dann negativ oder auch positiv aufgefasst wurde. Also der Hauswart kam relativ früh zu mir und sagte, Merci vielmal für die Sparte Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Und das ist schon noch geil, wie die Leute dann halt auch das hören, was sie hören wollen. Ja, eins meiner Lieblingslieder ist Rollschuhdisco. Und das war auch so ein, wo viele sich angriffen gefühlt haben. Ja, voll. Einer meiner besten Freunde war wirklich so. Da, wo ich finde, alle ihre Lieder geil, aber das Lied finde ich richtig scheiße. Und ich verstehe auch warum, aber ich weiss heute auch noch, warum ich das geschrieben habe. Und dort ist es extrem konkret, dass du das Piratenschiff hast. Ja, logisch. Jeder weiss, dass Pirates in Hünnwil ist. Ich rede von den Leuten, die dort hingehen und Party machen gehen. Und auch die Leute, die dann mit den Engel-Leggings fahren gehen. Aber ich finde es noch faszinierend, dass in der Musik, in der Musik nimmt man Sachen, viel wörtlicher und ernster. Obwohl ich das Gefühl habe, Musik kann man eine bewusste Trennung machen zwischen Privatpersonen und Musikern. Wo natürlich das eine ins andere spielt. Aber es ist ja ein Songtext. Es ist ja dann nicht alles wahre Münze. Sondern man nimmt extra für einen Song die Haltung ein und für einen anderen Song eine andere Haltung ein. Und ich habe das Gefühl, Menschen nehmen das zum Teil viel zu wörtlich und können nicht trennen. Vielleicht aber auch, weil die Schweiz so klein ist und man diese Realness hat. Haben Sie das Gefühl, wenn Dabu einen Song über das Piratenschiff schreibt, wo die Leute nicht gehen gehen, dann ist das ein Arsch. Weil der hat ja gesagt, dass er das scheisse findet. Geht's noch? Ja. Ja. Das beschäftigt mich seit die Songs schreiben. Weil bei einem Autor, das finde ich auch noch krass, bei einem Autor eigentlich alle Leute davon ausgehen, das hat sicher etwas mit seinem Leben zu tun, so grundsätzlich. Aber der erzählt jetzt einfach eine Geschichte. Genau. Und so mache ich das auch in Angelina und so mache ich das in vielen meiner Songs. Und das ist völlig etwas anderes. Er erzählt 100% von sich. Ja, ja. Ich meine, dass alles, was er sagt, denkt er in jedem Moment so. Und wenn er «ich» sagt, ist immer er selber gemeint und es wird nicht erwartet. Also, dass du einen Erzähler hast wie in einem Roman. Ja. Auf die Idee kommen die Leute nicht bei uns.